Leben bedeutet Veränderung. Und jede Veränderung bringt neue Herausforderungen. Es fällt schwer, ganz alleine damit zurechtzukommen. Die Herausforderungen sind ausgesprochen vielfältig. Die Digitalisierung erobert immer mehr Lebensbereiche, Familiensituationen ändern sich, Neuanschaffungen werden nötig. Gesundheits- und Wirtschaftskrisen erschüttern unser Leben. Die Menschen werden immer älter. Als Genossenschaftsbanken stehen wir dir bei all diesen Herausforderungen zur Seite. Unsere Beraterinnen und Berater begleiten dich partnerschaftlich in allen Lebensphasen, gehen auf deine individuellen Wünsche und Ziele ein und wollen dir zu finanziellem Wohlbefinden verhelfen. Wie machen wir das? Durch unsere genossenschaftliche Beratung. Es geht uns darum, wie wir dich kurzfristig, aber auch langfristig umfassend betreuen. Wir sind an deiner Seite. Kompetent, ehrlich, fair und auf Augenhöhe. 看ete. Benuttrecht